Na komm schon, Alex. Ja. Genau, das nennt man also Timing. Oh, Schmetterling. Oh, Pusteblumen. Zeug. Aber erst einmal hallo daseits und willkommen zurück bei Life is Strange Trocolors. Wir haben den Hund noch nicht gefunden. Kann man den hier schon finden oder erst auf dem Fest? Ach, Steph. Ja, wenn ich Zeit habe. Wie der da, wie das Abspielgerät auch schon durchschimmert. Avalanche Ice Cream. Hups. Oh, Pusteblumen. Oh, Pusteblumen. Oh, Pusteblumen. Huh? How do those words taste? Not like peaches. We should push the rum raisin harder. It's surprisingly addictive. You haven't been putting actual rum in it again, have you? Uh, no. 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 Anyway, I took out a radio ad 2. That'll help. Please say it's not the one you read to me the other day. That was so weird. It's not weird, it's fun. Don't you like fun? Sunny. It makes an impression. Don't worry, okay? Wie sie sich wieder zurückgesetzt haben. Eine Ansage im Radio von dem Eiscremeladen kommt uns irgendwie bekannt vor. Schaut mal, da gibt's Lattes. Und flinke Hasen. Hasen mit Flügeln. We have to keep up a brave face for Angela. She loves our store so much. He must be exhausted. We are losing our business. But it's like, everything's a joke to him. She must feel so alone. Hope they figure it out. Wir konnten ja bei einem Paar was biegen, aber das war bei denen, ne? Bei denen hier war das nicht. Da gab's ja auch was. So wie mit dem Hund, den nicht gefunden zu haben, was verpasst ist aus dem ersten Durchgang. Schneemann, Schnee, Eis. Yeah. 20er Tempolimit. Das ist dann Meilen pro Stunde. Was machen sie da? Halt. Oh, noch wer? Jetzt wird's aber schwierig. Oh, jetzt wird er gleichzeitig nerven. Das ist nicht einfach. Jetzt nerven die sich gegenseitig. Hier geht's gerade ab, ey. So, genug gespielt. Postbüro, Boxes. Jeden Faschisten. Nein, Sonntag zu. Okay. Nicht jeden Tag offen. Kommt schon wieder wer an. Jetzt sind wir der Apotheke wieder näher. Jetzt geht's mit der Apothekenleiharbeiter. Ich bin neben dir und können dich hören. Wobei, das weiß sie ja gar nicht. Ich muss mich nicht machen. Ich muss mich über die Spendierkarte Ich muss keine Zeit. Ich muss mich über die Spendierkarte nehmen. Ach, Erics. Ja, man kann sich auch zu viele Gedanken machen, aber die Gedanken sind durchaus berechtigt. Na, 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 na. Was ist denn das für ein lila Licht da drin? Ach so, okay. In der Scheibe. Einfach schick, toll. Pfotenabdrücke gibt's da hinten. Hey, Riley. If he's innocent, why is he acting like this? Acting like what? Maybe I can get her to tell me. She seems pretty upset. Hey, Riley. Alex. Hey. Hey. I know you and Gabe were close. How are you doing? I miss him. I miss him so much. He was like an older brother to me. I'm glad he had you. Thank you, Alex. Really. Really suck, Riley. You and Eleanor seem close. She's taken care of me ever since I was little. I never really knew my mom, but she's always been there for me. What does she think about you going away to school? Well, she's thrilled. I think she just wants me to end up happy. Will she be all right without you? She's a tough cookie, but I do worry about her sometimes. She's getting older. One day I'll have to take care of her. She's lucky to have you. Thanks. That fight Mac had with Gabe over your secret meetings. They were about you applying to college, right? Yeah. Ever since the first time Mac lost his shit in front of them, Gabe and Charlotte had tried to get me to end things with him. And after all this, I can see that they were right. These are me. Make. Okay. Stick. Do you think he could have ignored Gabe's call? I mean, do you think he's capable of that? I don't want to believe that, but I don't want to believe that he's capable of that. I'm really not ready to talk about it. Yeah. I get it. It's just... If he didn't do anything wrong, why is he acting like he has something to hide? He asked me to leave Haven with him. What? Right after the wake. He wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. I told him no. And that we were done. And now... I'm scared. He did something horrible. Riley. Thank you. For telling me. You deserve the truth. For the... 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 I gotta run. There's some stuff I... Need to do. Okay. Diese Mimik... Und... Gestik. Ja, der sagt... We'll talk soon? Ja. Yeah. Whenever you want. Sagt... Mag trying to skip town is sketchy as shit. But I could use that to stoke his fear. Da sagt Riley einfach... Tell me why. Ja. Das ist sowas geläufiges. Und ich hab's ja noch nicht gespielt. Aber... Ich denk mir... Deck 9 und Donut sind die besten Freunde. Und dann wird hier und da einfach mal ein Spiel... Das einen und das andere genannt. Im jeweiligen Spiel. Das eine Blümchen geht ab. Das... Gelbe unter den blauen. Schon heftig. I can't believe Mac asked her to leave with him. Thanks for spending time with me. Thanks for letting me. If he's innocent, why is he acting like this? Sorry Riley. I don't think he's innocent. Simple but effective. Na warum gerade hier am Haus? Mieze Katze. I know what this means. Somewhere. There's a dog I need to pet. Hm, Hund. Hm. Jihah. What could be back there? Damn. Maybe there's something around here I can use to get it open. Vielleicht einfach dagegen rin. Oder dann Fuggie fragen, ob er rüberfliegt und mal aufmacht. They should get that gate open. I've broken into places for less. Eingebrochen. Mhm. Ich muss nochmal ansprechen, weil ich's beim letzten Mal auch gar nicht wirklich ausgeführt habe, so wie ich's wollte, dieses, oder dieser Gabe, so toll wie er ist, war und dass ein Schulabbrecher da im Jugendknast saß, von dem würde man das gar nicht erwarten, dass er so toll sein kann, oder? Dieses Vorurteil, zum Beispiel, dass jemand im Knast saß oder dass jemand die Schule abgebrochen hat, derjenige ist dann nichts wert, oder der ist halt schon ein klein wenig doof, ne? So im Sinne von, Schulabgebrochen, der hat doch nix im Hirn, oder so. Alles unglaublich große Vorurteile. Und am Ende ist dieser Schulabbrecher und dieser Knastsitzer, ehemaliger Knastsitzer, einfach so ein toller Mensch und bewirkt, indem er einfach so ist, wie er ist, so viel Gutes, so viel Freude bei anderen. Glaubt man so? Gar nicht, wie man so hört? Ah, Schulabbrecher und jemand im Knast saß, denkt man dann sofort an jemanden, der anderen tolle Momente schenkt, der einfach super und großartig ist? Und man denkt sich vielleicht als erstes, hm, der könnte vielleicht der Langfinger sein, den man als erstes in Betracht zieht, wenn irgendetwas geklaut wird. Zum Beispiel. So, jetzt ist es Zeit für... Hallo, Regal. Wer ist das denn? Ganz schön bunt, die Frisur. Wie ist das denn, die Obdach... Wie ist das denn, die Obdachlose aus Arcadia Bay, die... Die wir vor dem Tornado gewarnt haben. Können wir da mal anklopfen und fragen, wer da drin haust? Kann man das vielleicht am Einkaufswagen erkennen, der ja bis Haven Springs mitgeschoben wurde? Aber das wäre doch eine Möglichkeit, ne? Das wäre auch irgendwie cool, wenn man dich hier wieder treffen könnte. Zwar schade, dass nach all den Jahren sich an ihrer Situation einfach nichts geändert hat, aber, naja. Vielleicht schläft ja auch der Hund drin, der vermisst wird. Aber, wo ist der denn? Oder kann man den erst später finden? Hm. Ich habe ja auch noch gar nicht den Hundebesitzer getroffen, meine ich. Oder habe ich mir die Person das Gesicht einfach nicht gemerkt? Das kann auch gut sein. Ah, ist der wütende. Nicht erst so ein paar Sekunden vorm Hochgehen. Taifung-Mingesellschaft. Sprengungsankündigung. Geplante automatische Sprengungen. Datum. Sonntag, 28. April 2019. Zeit 21 Uhr. Vor der Detonation werden in Gebieten im Spreng... Im Sprengungsbereich. Warnsignale. Nein, Sirenen zu hören seien. Betreten Sie den Sprengungsbereich nicht. Genehmigung. Diese da. Verlängert. Ich liebe diese Song. Endlich. Cancel AAA-Membership. Nein, ich sagte cancel. Cancel! Verlängert. Nicht transferiert. Cancel! Repräsentativ. Repräsentativ! Eine Person. Ich möchte nur... Es wäre ein guter Zeit, die Dispensarie zu schauen. Jed sagte, Charlotte möchte mit mir sprechen. Ich liebe diese Song. Ich muss mir vorstellen, Gabe würde bemerken, um es zu wissen, dass er es in den Sprengungen gemacht hat. The Rocky Mountain Gasset. Havens anstehende Stadtratsabstimmung. Was Sie wissen müssen. Ermittlungen im Unfall. Tod läuft weiter. Nein, ich sagte cancel. Cancel! Geh uns nicht auf die Ohren, ey. Steph fragt mich, um die Rekordstelle zu kommen, wenn ich Zeit hatte. Steph fragt mich, um die Rekordstelle zu kommen, wenn ich Zeit hatte. Oh, ey, ey, ey. Ich habe noch nicht gefunden, Mac. Jed hat mir gesagt, dass ich die Flasher zu checken. Du achst dein Chicken Coop? Nein, ich kann nicht. Ich habe zu viel Geld verwendet, um die Lumberjacken zu verbrechen. Ich kann nicht glauben, dass du denkst, dass ich dieses Spiel gerne würde. Just spielen, du siehst. Nur wenn du dich starten, Dust und Daylight. Ich habe das Gefühl, die beiden finden sich belauscht. Hm. Noch steht da niemand. Aber wir erst woanders rein müssen. Ah, Moment, was wir essen? Hallo, Hotdog Man. Hm. Auch kein Hund hier. Oh Mann, das mit dem Hund, das könnte echt ein Problem werden. Ich habe das Gefühl, wir verpassen das wieder. Dieses Stück Musik hier, eins der... Besonders schön, besonders, mit Betonung auf besonders schön Musikstücke. Wie eben auch die Hauptmenümusik oder allerbeste Daydreams. Hier hinten, weil wir nicht in Ladennähe sind, kommt keine Anmerkung von Alex wegen... Ich habe gerade Raven Springs gelesen. Visitor Center. Visitor. Also kann man hier visiten, aber hier ist zu. Also kann man ja gar nicht visiten. Moment, welcher Tag war der 1.5. 2019 nochmal? Dann ist vielleicht gerade zu. Ich zück mal eben das Tablet. 0.1.05.2019 Wochentag. Mittwoch. Mittwoch. Von 9.00 bis 15.00 Uhr. Da liegen wir voll drin. Warum ist hier zu? In die Ege guckt man viel zu selten. Also ich meine jetzt die Berge oder generell die Landschaft. Das etwas weiter entfernte. Ach ja, auch ein schöner Laden. Auch wie schön der gestaltet ist. General, wie die Häuser hier aussehen. Passen alle irgendwie zusammen, sind teilweise aber ganz schön unterschiedlich. Ich meine... Hier hat der rote Klumpen, daneben das und daneben das und dann wieder der Plattenladen. Oh Mann, jetzt geht's wieder ab. Oh. Ted said, Charlotte wants to talk to me. Besuche die Apotheke. Besuche Steph im Plattenladen. Untersuche den Blumenladen. Aber, aber. Und? Hm. Na ja, bevor wir in den Blumenladen gehen, geht's bei Steph vorbei. Jetzt kommt gleich wieder Alex mit einer Ansage. Aber man kann doch hier keinen Hund übersehen, oder? Ich frage mich generell, wo ich den übersehen haben soll. Bist du hier hinter? Ja, darf man nicht mehr hinter, aber nein, hier sieht's leer aus. So durch den Zaun guckend. Wir können ja weder über Mauern noch über Mülleimer kleppern oder kleppern? Klettern? Hm. Das mit dem Hund, das nervt mich noch. Ich muss da, glaube ich, nochmal nachgucken, in welcher Episode das genau war. Zwei oder drei. Hm. Ich geh jetzt nicht nochmal den ganzen Park ab. Wir schauen jetzt bei Steph vorbei. So sieht's nämlich aus. Damit Alex auch mal Ruhe gibt. Steph asked me to pop by the Recordstore, if I had time. Ach, wir müssen uns ja entscheiden, hm, wie der Chat, äh, Table aussehen darf. Stimmt. Was kam jetzt hier drin? Und da heißt es sich anders entscheiden? Hm. Hm, ein Schild. Hilfbar. Hm. Bin in fünf mit uns zurück. Oder zehn. Vielleicht 15. Und dann steht das Schild schon seit einer Stunde. Es sieht aus, dass Steph auf einem neuen Projekt arbeiten könnte. Ein anderes Thema des legendarischen Monsterhunter Theynor. Ich geh nicht, bis ich antworten habe. Aber du wirst überhaupt nicht gehen. Ich höre für eine coole Musik. Nein. Wo ist das Himmelsschwert? Na gut, ich sag's dir. Der Troll. Wie er da sitzt. Das Schwert wurde zuletzt in der Stadt Carnéres gesehen. Carnéres. Aber sie wird von Wehrspinnen heimgesucht. All die nach dem Schwert suchen, verlieren etwas, das ihnen am Herzen liegt. Oh. Der Gelb. Aber es ist mir vorbestimmt, das Land mit dem Himmelsschwert zu retten. Gut, dass du dich nicht alleine auf die Reise begibst. Aber wenn... Ja, mal so entscheiden. Mit einer Harfe. Alvin. Ja, hier. Oh, Typ im Hoodie. Oh, Spielschmierer. Ich frage mich gerade, wo das Spiel zuletzt gespeichert hat. Wie das da stand. Fataler Fehler. Natürlich in Englisch, aber... Das stand bei der kurzen Meldung noch dabei. So richtig... Klar, Zwischensequenzen, Gespräch mit Riley, da könnte das Spiel gespeichert haben, aber... Ich bin gespannt, denn wir haben jetzt ziemlich viel in der... in Anführungszeichen offenen Spielwelt herumgeeiert. Nicht, dass der zuletzt bei der Lantern gespeichert hat, das wäre echt... okay, beim hier reingehen. Gut. Steph asked me to swing by. She's got to be around here somewhere. Also, dass so... knapp gespeichert wurde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, bei Riley. Naja, wird mich nicht beschweren. private mining interests will put their bottom lines before your family's health. You don't say. Rufen Sie Ihre Abgeordneten an. Sagen Sie ihnen, Sie sollen Nein stimmen für das Volksbegehren. 39. Haven Springs, derzeitige Förderstätte, geplante zukünftige Förderstätte, privatwirtschaftliche Förder... Interessen. Stellen Ihren Gewinn über die Gesundheit Ihrer Familie. Lassen Sie die Berge weiter hochragen, aufragen. Da war gerade ein Ladesymbol am Auszeig. Hatten wir das schon mehrmals? Also, ich bin ein Läuftner, aber hatten wir das schon mehrmals? Mir ist gerade erst aufgefallen. Hinweis zur Abstimmung des Stadtrates von Haven Springs. Am 26. Mai wird eine offizielle Stadtratsversammlung stattfinden, um eine, ja eine Maßnahme zu bestimmen. Diese Maßnahme beantragt den Verkauf von Grundstücken über nicht mehr als 20, ja wirklich 20, morgen an die Taifen-Mingesellschaft zur Eröffnung eines Tagebaus. Sowohl der Erlös durch den Verkauf als auch nachfolgende Grundstücksteuern fließen in das Budget von Haven Springs und werden gemäß des Standardvorgangs aufgeteilt werden. Weitere Informationen gibt es im Rathaus. Bitte sprechen Sie mit einem Stadtrat, falls Sie weitere Fragen haben sollten. Den Text kennen wir schon, das ist noch gar nicht so lange her. Gelesen wurde trotzdem nochmal vor. War es eine Satzstellung. Gabe was hoping I get back into playing. Maybe I will. Na aber hallo. Wir wissen es ja auch besser. Gabe was hoping I get back into playing. Maybe I will. Zum Beispiel beim Frühlingsfest. Miezekatze. Ach ja, streicheln. Draußen wurde es ja gerade erst angesprochen und hier auch. Val, I just want to be friends. Sie muss am Ende mit uns auskommen, denn wenn Steph und Alex zusammen sind, dann geht das nun mal nicht anders. Mietz bestimmt. Hier setzt sich jetzt keiner hin, weil Mietz da liegt. Chrissy sieht süß. Es wäre definitiv falsch, zu klaim, jemanden verloren Hund zu klammern. zu klammern. Wie bleiben Sie? Mit Schrottflinte? Mit Schrottflinte? Hundgefunden. Golden Retriever auf der Maske, auf der Maske, auf der Marke. Ich bin noch bei maskiert. Waschbände sind so niedlich. Ja, die können auch ganz schön garstig sein, aber wenn man sich die nur anguckt, unglaublich putzig. Hund gefunden. Golden Retriever auf der Marke steht Chrissy. Glaubt, sie sei klein genug, um ein Schoßhund zu sein. Bitte ruf an, bevor meine Familie sich verliebt. Die Nummer können wir aber nicht anrufen. Wie kommen wir? Stand hier auf der Tafel schon beim letzten Mal Hund gefunden? Haben wir das mit irgendeiner Entscheidung beeinflusst, ohne jetzt direkt nach dem Hund zu suchen? Ich glaube, ich musste einfach mal in der entsprechenden Folge gucken, als wir uns das Brett hier angeguckt haben im ersten Durchlauf. Will gestreichelt werden. Ich höre es doch. Falsch, den Hund von jemand anderem zu beanspruchen. Wir bekommen aber keinen weiteren Hinweis, an wen wir uns wenden können. Klar, eine Telefonnummer, aber wir können auch keine Telefonnummer anrufen. Geht doch nicht. Wie soll denn das gehen? Aber nicht so cool Hä? Das ist doch der Hund, ja, hm. Okay. Es geht um den Hund, nicht um seine Freundin. Oh Mann. Moment, ich glaube, ich habe eine Erklärung. Habe ich beim letzten Mal vielleicht erst den Typ mit dem Hoodie angelesen? gelesen mit der Kraft, ne? Und habe dann erst auf das Anschlagbrett geschaut. Kann das möglich sein? Dass ich es in der Reihenfolge gemacht habe und dann kam vielleicht von Alex trotzdem hier eine Ansage mit, hey, Moment. Und Chrissy? Ah, ist die Frage, ob Steph das, Steph sage ich, Alex das so rumkombiniert. Hier vom Hund gelesen. Chrissy. Und dann? Moment mal. Ne, falsch. Was stand denn bei dem Post hier? Stand da ein Name? Ne, ne? Hund vermisst. Mein Golden Retriever ist weggelaufen. Sie ist sehr lieb. Bitte, bitte sagt Bescheid, falls ihr sie seht. Kein Name drauf. Auch nicht hier auf dem Halsstuch, auf dem Bandanach. Oh. Aber wenn Alex sie hört, Chrissy und dann hier liest Chrissy, schlägt sie da keine Brücke? So oder so, egal, wir können es jetzt auflösen. Steph sagt, sie wollte mich sehen. Sie muss hier irgendwo sein. Wobei es war auch nicht jetzt. Ich glaube, das machen wir, bevor wir rausgehen. In der Hoffnung, er ist noch nicht rausgegangen. ganz schön oft viel am Miauen. Die Well. Well. Da ist ja schon wieder Mozart. das sieht auch cool aus. Die Lampe. Hot Dog Man. Hot Dog Man, beim letzten Mal, habe ich doch auch nicht gesehen. ich meine, mit Steph, hier unter der Kiste, aber Hot Dog Man auf dem Schlagzeug, das nehme ich gerade jetzt erst so wirklich wahr. Mit Schwert und Schild. die Vorstellung, etwas im ersten Durchlauf gesehen und angesprochen zu haben und im zweiten Durchlauf gar nicht mehr, mich gar nicht mehr daran erinnern zu können, dass ich das wahrgenommen habe und dann sage, hä, habe ich das beim letzten Mal gar nicht gemacht? Warum ist mir das nicht aufgefallen? Das ist ein scheiß Gefühl. Diese Zeitlinien könnte man mal in diese verschiedenen. Schöne Farben hier bei den beiden über oder hinter Alex Kopf. die drei Fragezeichen. Blockton. Warum hören wir in diesem Spiel nichts von Firewalk und allen voran von dem, was früher so verdammt gut gewesen sein soll oder das, was wir einfach kennen? Warum nutzt man diese Chance nicht? Wie die Gitarre sich da einfach spiegelt. Cool. Einfach mal den Typ beklebt. Tja, manchmal gibt es ein Anfangszeichen Zufälle. Wie aufgeräumt ist hier. Ja doch, kann man schon aufgeräumt nennen ist. Grüne Ente mit Krone. Mit schwebender Krone. Diese gluppschen Augen da mit dem Aufkleber auf dem Regal da. Diese gelben. Havens favorite and only choice for modern rock. I'm glad Gabe convinced her to stay. Oh ja, da können wir eben sowas von dankbar sein. Man stellt sich mal vor, man könnte Steffi gar nicht treffen. Ich meine, da wird was fehlen, ja, aber man weiß ja gar nicht, dass was fehlt oder dass jemand fehlt. Aber schön wieder das eine und das andere Zahnrad ineinandergreifen, damit es einfach so kommt, dass wir hier Steffi einfach kennenlernen können. Wiedersehen können. Erics lernt sie kennen, aber wir sehen Steffi wieder. Hey, I'm glad you stopped by. I've only got a sec, but have you talked to Ethan at all? Talked is maybe too strong a word. I tried. He's taking it really hard. But what you did for me this morning got me thinking. What if Ethan needs something like that too? Something fun and distracting. Something like a LARP. like the one you and Gabe were going to take him to? Yeah, but designed just for him and Thenor. Can we even pull that off? It won't be high production value, but it'll still be fun. Nichts megakrasses. Absolut untertrieben. So what do you think? Who would the famous monster slayer have the most fun defeating? He's eating. Der rechts hat auch bloß sein Bein angewinkelt und ist gar nicht einbeinig, oder? Hm. Storm. Bringer Kravius Wie Steph guckt. Wie Steph guckt. Ganz gespannt, wie wird sie sich entscheiden? Och, komm, entscheide ich mir, während die Arme einschlafen. Es wird schwer. Wie Steph guckt. Kravius looks pretty badass. Go with that. All right, then. Oh, I gotta get back in there. There's some stuff in my comp book. Be cool if you could check it out. Help me make some calls. I'll see what I can do. Hey, Haven listeners. That was Phone Tap with their new single, Elephant in the Room. We've got a sweet block of indie rock coming down the pike, but first, a few announcements. The Spring Festival is just around the corner, sponsored by Typhon Mining Company. The mission is free this year, so bring your friends, bring your family. Hell, bring your ex. I'm sure it'll be different this time. Hey, you posted about a lost dog, right? I think they have her over at Todd's Hardware. Are you serious? Thank you so much. I'll call them right now. Hi, I'm calling about the lost dog. Chrissy? I'm calling her. I'm calling her. Oh, thank God. Is she there now? Oh, awesome. Yes, thank you so much. Can I pick her up today? No sweat. Take your time. Oh, wait. Ich mag's, ich mag's. Sehr. Voll lieb von ihr. Ja, das ist halt Steph. Voll lieb. Voll super und cool und überhaupt Steph halt. Einmal streicheln, würde ich sagen, ist fällig. Aber nicht ihn. Chrissy? She's a dog. Aber das mit dem Baumarkt steht da gar nicht, aber das hat Alex wohl einfach erkannt, he? Hund gefunden. Hm. Sie hat wohl die Nummer einfach wieder erkannt. Noch gar nicht so lange hier. Baumarkt hier und Baumarkt. Wie sieht denn der Baumarkt hier aus? Aber schön, dass wir das jetzt auch abhaken konnten. Besuche die Apotheke für das Stephs Notizbuch aus. Mach halt die Musik, ey. Endfach. Cool. Das müssen wir jetzt noch ansehen, weil... Spiel das ja abgeschmiert. Oh Mann, ist das toll. Äh. Das klang jetzt abgehackt. Helpful. Was macht denn der Lila-Lila? Was macht denn der Lila-Lila? Kennt man hier irgendwas wieder? Eine Maus für die Katze. Erlamann steht hier nicht rum. Ich glaube, im Keller-Mister, ne. Ich glaube, Noch gar nicht so alt. Ja, einfach nur Musik. Und vorhin hat sie auch, als die Toile der Musik von gerade eben kam, nur Indie Rock gesagt, ne? Kein wirklichen Titel. Keller Mr. Wird gesucht. Ich glaube, ich musste noch mal im Video ein Screenshot machen, noch mal genauer rangehen. Also dieser eine Drachenjunge hier, könnte das sein aus dem Rollenspiel? Jetzt über... Moment. Ah, was war... So war das nicht geplant. Wow, wow, so kann man näher ran. Moment. Auch gut. Ich wollte gerade sagen, der jetzt über Alex Brille, aber auf einmal das. Da ist jemand im grünen Gewand mit einem Stab. Und der hier bei der Gitarre, bei der größten, das ist so ein Drachenvieh aus... das sich uns in den Weg gestellt hat. Vor der Entscheidung, erst Lager plündern, verbessere Ausrüstung, Leute retten und, 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 noch was, ne? Müsste sein. Ein Minotauros, könnte bekannt vorkommen. Aber da ist doch, ne? Und, 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 und. Und, 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 und. Aber Kerlamister kann ich ja nicht erkennen. Hm. Hm. Weil das Spiel abgeschmiert ist, ich denke nicht, dass es irgendwie einen Unterschied ausmacht. Es muss noch gestreichelt werden, das kann nicht wahr sein. Es muss doch irgendwie neue Möglichkeiten in dem Spiel geben, die Katze zu streicheln. Oh. Sieht so, Stef will mich mehr machen, als nur ein paar Entscheidungen machen. Sie will mich, einen Bard spielen. Ah, Entscheidungen, Entscheidungen. Alex, fülle deinen Charakter aus. Die Bade, Name noch leer, Volk halb elf, Klasse Bade. Fähigkeiten, Verzerrungsfeld oder heilende Serenade? Stufe 1, Trefferpunkte 10. Wie hast du Thaynor kennengelernt? Ich glaube, ich bin in. Let's start with my name. Also, passend zum Comic diesmal. Mir gefällt Alexandra trotzdem sehr. Ich hätte auch einfach mit Chloe, Chloe damals sagen können, aber nee, das ist ja irgendwie anders. Half elf. Eine halbe elf. Passend zum Comic. Das haben auch die meisten genommen, weil sie vorher einen Comic gelesen haben. Habe ich noch einen Hinweis an Ethan's old buddy? Abilität. Distortion Field ist lustig, aber Heilung Serenade könnte wirklich in Hande kommen. Ja, das heilen könnte wirklich gut sein. Ich habe vor, im Rollenspiel mehr zu kämpfen, weniger auf Kämpfen aus dem Weg gehen zu gehen. Und dann wäre eigentlich, wenn wir mehr kämpfen, die heilende Serenade gar nicht mal so schlecht. Aber ich will es mal ausprobieren, wie das so ist. Man, diese Entscheidung ging ganz schön schnell. Let's go with Distortion Field. Wie habe ich mich mit Thaynor kennengelernt? Heldenhafte Geschichte, lustige Geschichte. Mist, das haben wir beim letzten Mal gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Heldenhaft, lustig. Ich hoffe, 50-50 Chance und ich entscheide mich jetzt für eben was anderes. Ich glaube, mir kommt es bekannt vor. Kann das sein? Na ja, ist eh zu spät. Entschieden ist entschieden. Und diese Tat wird Konsequenzen haben. Spätestens dann, wenn es heißt LARP. Denn da wird das alles zum Tragen kommen. Natürlich. Ach, darauf freue ich mich auch schon wieder sehr. Einfach an der Kampf am Ende, wie das einfach mit einer Menge Fantasie einfach so wirken kann. Und Steph hat einfach eine Vorahnung. Sie weiß, welchen Charakter der Chat einfach spielen muss, der zu ihm passt. Steph weiß einfach Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.